hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge green hell mit den zwei beklopften hallo hallo es regnet hier ist fleisch ich esse erstmal du willst das ja anscheinend nicht dein fleisch schon das ist ja schön doch ich koche mir jetzt eine zwiebel und ich hoffe das bringt kohlenhydrate was mit denen dann passiert nichts eigentlich denke ich man kann die nicht essen die liga oder wie man dies wäre schon spannend meinst du man dann haben wir noch platz auf unserem trocken gestellt ja echt was du hast was abgenommen du doch vorhin oder nicht ja aber ich habe da direkt wieder was hingehängt dachte ich müsste das weg nehmen würde sonst schlecht weiß nicht das noch wo das gleichwertig oder ach hier guck mal ja das ist alles verdorben hier siehst du das jaguar fleisch verdorben gut dann sammeln die das nun ja dann gibt es wenigstens paar warfen lecker toll haben wir extra leopold getötet dann haben wir nicht gegessen was für eine verschwendung ja das ist schon traurig da mache ich mir jetzt haben wir nicht laufen jetzt irgendwo sind die laufen maden kommen dann habe ich frage so ja dann mache ich mir zum atensuppe keine zwiebel ist gekocht und zwiebel zwiebel hatte wie geht mir gerade ja ich brauche kohlenhydrate ich lass sie mal hier auf dem boden wollte jedoch ach so nicht da hier nehmen wollte die essen na dann ist du trinkt doch nicht so laut die berge ich schlürfe halt entschuldigung weißt du wird man hier gemobbt mir fliegen fast die ohren weg hier jetzt ist es ja stelle ich nicht so an du kannst du neue bauen oh nein wieso mache ich das was machst du wieder auf gott aufwachen ich habe nicht erst mal was so hast du mal auf ich schlafe da war eine runde das war der war der verlust der axt der mich so tief so was soll jetzt bauen was so so ein ding wo war das noch mal weil ich jetzt einmal das tagebuch was wir noch verbauen können ich mache jetzt hier stockhalterung und so so eine hier du sag mal wenn wir uns eine bambus leiter bauen und hier uns irgendwo auf dem dach der kann uns nie wieder was anhaben der kann ja keine leitern hochklettern oder so weit ich weiß nicht so lange stück ich mache mal noch einen wassersammler ja das ist eine gute idee auch hier habe ich genug kann ich den hier direkt neben den anderen stellen so langer stück zum glück haben wir welche ja zum glück hatten wir lange stelle das ist hatten wir mal hast du recht mir fällt da was ein was sie noch bauen können mag gleich mal kann ich das bauen ich weiß gar nicht war ruhig erst mal daneben du deb was für ein trottel warum haut denn der immer daneben ach ich habe ja gar keine axt gerade ich habe auch keine steine die sind alle im lager oder ja mann deine axt ist kaputt es tut mir leid sie müssen aufregen ja ehrlich da bin schneckensammler jetzt das gut sollte ja nicht so viel besser um rennen fällt mir gerade ein was für das das war ein baum wenn du das magst langer stock wo ist mein langer stock hin weiß ich nicht das schwein das hat sich versteckt manu hier dann eine suppe und noch eine suppe so ich habe hier madensuppe und pilz suppe wenn du magst madensuppe ist echt total das beste überhaupt ich mag madensuppe noch zwei so axt genau axt 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 einen stein die zwei steine was passiert wieso schreist du ich bin gesprungen das hat mich mental aufgeregt mitte ja ja ich habe doch eine ja ich habe doch kochen machen wir doch eine knochen axt so viel guter langer stock wo ist der zweite stock stock oder was lange stock ich lege ich habe auch mal blätter hin und so dann kannst du dich jetzt unternehmen das sind die das liegt hier zwei behalte ich mal ich habe ja ich was wieso worauf was soll ich tun ich dachte die man singen hören nein hast du nicht aus prinzip wir haben hier noch gar nichts anderes außer können wir ja auch pilze hin machen die könnten wir aber bestimmt nicht kommen auch nicht irgendwie hätte ich gerne ein stück kohle 11 bananenblätter ok ich hole noch welche da ist noch ein wieder kann ich tragen 6 glaube ich hier ist übrigens ein frosch in der balle hast du noch mehr bananenblätter herumliegen ich suche gerade ich sehe aber keine mehr aber da hinten ist eine junge banane die ganze abschlachten junge banane ach jetzt stöhnen doch nicht so gegen dem bisschen wo ist eigentlich jetzt da ist meine axt da ist ein baum den ich haben möchte da erst mal die frucht ich finde wir sind gerade ganz gut aufgestellt so lange keine ich war ja nicht fertig habe ich vergessen was sagen wollte du solltest so etwas niemals sagen monster kommen nennen sie ich brauche ich muss mal die kokosnuss da knacken wer hat die kokosnuss wer hat die kokosnuss was die du machst mich fertig und nein habe ich jetzt hier liegt noch und hier lag doch noch ein noch eine schüssel irgendwo das ist egal ich packe jetzt eine von meinen schüsseln da drunter hier ist ja auch nicht mehr da irgendwie wo sie jetzt bestimmt da links geklaut leopold das kann sein wie eine älter dass die dann sagt auch leopold sind die sind die eltern des urwalds ja habe ich ja schon mal gehört so dass wir gucken wie geht es mir denn so ich brauche proteine ist das schön hier wurde ihnen warte ich hatte hast du den frosch eigentlich habe ich habe alles jetzt könnte dir das kohlenhydrate ja kohlenhydrate frau ja so dann trinkt man da die suppe welche die fertige die pilze nur eine ja genau ich kann dir eine knochensuppe machen ja alles gut ich will und soweit glaube ich wieder fit ja ich bin fit hier irgendwas fertig komisch aber dass es so schnell kaputt ist ne finde ich was was ist schnell kaputt hier das fleisch wenn das fertig ist ja das ist voll doof ich dachte das hält dann ewig ja wäre doch eigentlich auch logisch oder so was du noch ein brett vorm kopf davon habe ich nicht geredet gerade habe ich kein brett sammeln mal hier ein brett was lagen hier guck mal hier ist eine kokosnussschale noch ich lege die mal hier da drüben hin hier ist ja unser essensvorrat lege dann mal ein brett da liegt die kröte amma hier hin ja die braun halt auch nicht unbedingt ja die hält ja auch wenn man die nicht anfasst eben schon was wo ich habe so gehört was hast du gehört summen entweder ist kacke oder ein totes hier aber ich sehe nichts mehr solange das tier tot ist ist mir das völlig egal hier irgendwo gibt mir die kacke ich brauche sie ach schön ach doch ich habe noch ein freund ich habe ein feuerbrett habe ich das ein feuerbrett hätte ich noch oh gott was denn ich hätte ein feuerbrett wenn du gern ein brett haben möchtest ja da fehlt noch eins wo da hinten bei dem pflanzkübel ging es was habe ich denn hier alles noch in der tasche darf ich jetzt eine psychedelika das ist nicht was was eingebunden wo komm lass uns schnell schlafen gehen ok warte ich komme ich sag doch ich habe singen hören wo bin ich bist du tot nein noch nicht der rennt weg der rennt weg ich muss mich achten ich auch habe ich das noch mal wir haben auch immer noch keine rüstung gemacht lass mich nicht wieder wieder sogar der steht da hinten immer habe ich eine arztung ja ok ich bin gearztet ich nicht habe ich mal gucken wie ich das mache ich weiß nicht wo ich verletzt wird ich sehe nix der rennt herum wie ein bekloppt da ok dann kann ich mich ja in ruhe erstmal verarzt nun ja ich beobachte ihn gleich kommt er aber bestimmt aber er wenigstens kein bogen dabei oh gott der rennt um unser lager herum ok er kommt er kommt er kommt oh gott gleich noch was er jetzt ich muss mich noch mehr arzten so ich schau den jetzt warte bis ich fertig bin mit arzten was machst du ich habe ich nur einmal gehauen ok ich bin fertig ich habe ihn noch mal mir geht es gerade nicht so gut ich kann man das tut er ist tot er ist tot ich sterbe aber was soll ich tun warte ich bin delikat nein kann ich dich nicht arzten weiß ich nicht ich habe ja wo ich bin immer so weißt du ich weiß überhaupt nicht was ich tun sollte hä warte mir geht es gut also mir geht es nicht gut aber ich sterbe nicht oh gott er hat mich einmal gehauen wir und ich höre meinen herzschlag aber ich blute nicht oder so ich ess mal einen pilz ich trink mal einen schluck wasser eine rauchen wir schön oh gott was haben die denn dabei eine obsidian klinge ich sammle den jetzt mal hier den stepp hä doch nicht damit meine güte du verlierst aber dinge wenn du den sammelst ach so zu spät ich bin schmutzig dann solltest du dich jetzt mal waschen und du solltest das fleisch nicht essen nee das mache ich nicht äh waschen nur wir das aufregen und wir haben es gerade eben so überlebt was mich übrigens dazu bringt dass wir eigentlich mal rüstung machen wollten ja fällt mir gerade ein ich sag doch ich hab singen hören okay ich sammle dann den anderen ja ja und dann müssten wir aber mal Suppe essen ich muss mich erstmal schon wieder untersuchen nachdem ich mich gewaschen habe so Federn hat er auch dabei das ist ja schön ich war sehr mutig ne also ja finde ich auch wir waren beide sehr mutig ja schade dass wir nicht so viel gesehen haben von unserem Mut weil es so furchtbar dunkel ist ich dachte erst das bist du oh und dann wollte er den erstmal umarmen ja dann kam der da und war so gemein ein gemeiner Typ menschen gleich zerstören kohle vielleicht können wir weißt du was toll wäre was wenn wir den leopold mit dem menschen vielleicht 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 nicht zürzen könnten ja so hey lehze nicht guck mal was wir haben lecker 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 okay wir gehen mit schlafen und morgen machen wir uns Rüstung ja okay achso erst speichern 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 ja ich schlafe schon ja okay warte ich auch gleich war das aufregend wir haben eingeboren überlebt ja wo ist der denn gestorben hier drüben da unten ja wo du jetzt hin willst also hier so du bist weg hier ein Stammes Speer ja genau voll cool der der macht glaube ich mehr schaden ich kann ihn nicht nehmen du kannst ihn tauschen mit dem Speer den du in der Hand hast oder so mein Bogen liegt auch noch irgendwo hörst du hier das ja wo ist die Kacke weiß nicht schade dass wir hier nicht riechen können oh Gott das ist ja furchtbar ja man dann wüsste ich wo die Kacke ist find die nicht dass du willst dass du das ja auch hier das ist keine Kacke das ist ein totes Tier ja dann rutscht das Tier mal kann ich grad nicht warum nicht weiß ich nicht ne das ist das nicht hier summt es auch nicht mehr doch da liegt es doch hier ja aber ich meine das hatte ich schon mal achso ich habe es genommen ich gehe jetzt etwas trinken okay mach doch einfach den Mund auf boah war das jetzt aber spannend hör mal ja hör mal so wie sieht es aus wo sind wir heute noch nicht schlecht das ist nur eins warum geht es mir so schlecht ich brauche mehr Bananenblätter da hinten sind welche ich habe voll die coole Rüstung äh voll das coole ach ich rede einfach nichts hat keins ich brauche alles mögliche ich lege mal hier in die Falle was rein ja so eine Made oder so immer gerne wissen ob das dann irgendwie ach ich habe nur einen Pilz ja toll dann halt nicht nächstes mal liegt da aber was rein schwöre ja mach das ich schwöre okay ich gehe mal schnecken sammeln und so Zeug so warte mal herstellen habe ich nur eins dafür also wir können erstmal Knochenrüstung machen und dann können wir Stockrüstung noch machen so mal können wir diesen Steinkreis jetzt eigentlich zerstören und dafür ein richtiges Lagerfeuer dahin setzen ich meine man kann es zerstören ja aber ob du dafür dann ah also ein Bananenblatt zwei Seile und drei Knochen brauchst du dafür was für die Rüstung ach so ja ich muss aber Seile sammeln Moment jetzt stell ich nicht so an wir machen jetzt erstmal Knochenrüstung also nicht du mein dich mein nicht sondern Klaus so Seile also was nochmal Bananenblatt Seil und und drei Knochen oder halt Stöcke wenn du keine Knochen hast wenn du noch ein Knochen hast ich habe noch zwei haben wir das noch Bananenblätter liegen ja 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 alles klar ah da kann ich hier nicht direkt anlegen ach Gott drei Knochen sagst du drei Knochen sagst du mhm oder halt drei Stöcke glaube ich auch warte ich schmeiß mal die Knochen hier beim Bananenblatt hin weil ich habe nur zwei drei ja warte dann ich habe auch nur zwei Stöcke ernsthaft hier hier hast du noch einen Knochen dann hast du drei hast du für einmal schon mal und hier hinten noch Bananenblätter ach was mache ich denn weiß ich nicht was machst du denn ich werfe Sachen auf den Boden vor lauter Frust vor Wut hä wie viel Bananenblätter zwei ne was eins ach jetzt hier Knochenblätter ein Bananenblatt Blätt ein Bananenblätt gut ich habe einmal Knochenrüstung ja und dann kannst du ja für den Rest noch Stockrüstung machen hier klart ich mir mal an das Bein was er vor uns angegriffen hat das Dreckschwein so das sehe ich gerade ich habe wieder irgendwas ach hier so wieder gut ähm man 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 immer die restlichen Bananenblätter noch mit hallo hm war das aufregend ja du kriegst ja jetzt was zu trinken jetzt da aufzumeckern so ich nehme das Bananenblatt auch wieder mit ich lege das näher ans Lager ne mhm ich sammle mal ganz kurz Stücke hier so hier ist glaube ich gut oder so so was zu essen fertig nein haben wir was zu trinken Müssten wir eigentlich jetzt mittlerweile genug haben hm wir sollten mal den Topf holen finde ich hast du gerade gesprungen? ja Gott sei bist du jetzt voll gerüstet? ne noch nicht ganz die Sitzung verlassen? ne steht hier? nein ich bin da ok hm oh der Host hat das Spiel verlassen das trifft sich sehr gut weil die Folge ist zu Ende die Folge ist zu Ende ok bis zum nächsten Mal tschüss ohne Pseudonyma tschau tschau tschau